Liebe Studierende, willkommen zur ersten Videoübung des Semesters. Mit dieser Übung lernen wir, wie das Instrument hier dargestellt tatsächlich funktioniert. Mit dem Gerät, mit diesem Schallkreis, lässt sich einen unbekannten Widerstand Rx bestimmen. Und tatsächlich, was man machen soll, man sucht eine Position oder die richtige Position A bei dem Widerstand R, eine Art Potentiometer, sodass der Strom Ig durch das Galvanometer gleich Null ist. Mit der Lösung der Übung werden wir tatsächlich verstehen, dass in dieser Situation lässt sich Rx bestimmen. Diese Übung bietet auch eine sehr schöne Gelegenheit an, sich mit der Kirchhoffschen Regeln auseinanderzusetzen. Und tatsächlich, die schrittweise Lösung der Übung führt mit der Kirchhoffschen Regeln am Ziel. Wir müssen schlussendlich eine Formel für Rx finden. Bevor wir überhaupt die erste Frage A anschauen, müssen wir eine äquivalente Darstellung des Schaltkreises finden. Und das ist tatsächlich die entscheidende Überlegung, die bei solchen Übungen immer am Anfang gemacht werden muss. Es ist strategisch sehr wichtig, dass man hier eine äquivalente Darstellung des Schaltkreises findet, die uns dann später erlaubt, mit der Kirchhoffschen Regeln den Schaltkreis mathematisch zu beanderen. Und ich möchte hier folgenden Vorschlag machen. Nämlich, dass der Widerstand R lässt sich hier auch als Serieschaltung von zwei Widerständen darstellen. Tatsächlich, wir können die Situation, wie hier abgebildet ist, auch wie folgt zeichnen. Nämlich, wir betrachten erstens den Widerstand A mal R und diese ist seriegeschaltet mit was übrig bleibt. Nämlich 1 minus A mal R. Diese Serieschaltung von Widerständen ist völlig äquivalent zu dieser Situation und ist dann parallel geschaltet mit Serieschaltung von Rx und R0. Dazwischen, zwischen diesen zwei Punkten hier, haben wir dann das Galvanometer, das Instrument, um den Strom IG zu messen. Und selbstverständlich, die ganze, sagen wir so, diese parallele Schaltung von Serieschalteten Widerständen ist dann gekoppelt zu einer Batteriespannung U. Damit haben wir eine völlig äquivalente Situation geschafft. Aber mit dieser Darstellung können wir jetzt die Kirchhoff'sche Regel anwenden und dann auch den vorgeschlagenen elektrischen Schallkreis mathematisch beahnden. Und die erste Frage des Problems fragt uns eigentlich, wir sollen versuchen zu begründen, dann, dass in diesem Schallkreis drei unabhängige Ströme inklusive IG genügend, um den Schallkreis selber zu beschreiben. IG ist sozusagen gesetzt vom Problem und wir werden später verstehen, warum. Wie geht es weiter? Wir möchten hier diese Aussage begründen mit Hilfe der Kirchhoff'sche Regel und besonders mit Hilfe der Knotenregel. Die Knotenregel besagt, dass bei einem Knotenpunkt alle zufließende, also die Summe von alle zufließenden und abfließenden Strömen null sein muss. Also mathematisch dargestellt, die Summe aller Ströme I muss null sein. Das heißt, was reinkommt, in diesem Fall I1 und I2, muss gleich sein, was rauskommt, I3 und I4. Die physikalische Bedeutung der Knotenregel ist, dass bei einem Knotenpunkt in einer Marge Ladungen können nicht stecken bleiben. Eben, das ist gleich zu sagen, dass was reinfließt, muss auch rauskommen. Und wir können jetzt diese physikalische Regel, diese Knotenregel, tatsächlich in unsere Situation anwenden. Als erstes müssen wir die Knotenpunkte identifizieren in dieser Marge. Und wir haben hier vier Knotenpunkte. Eins, zwei, drei und vier. Und wenn wir bei einer Marge vier Knotenpunkte haben, dann genügen selbstverständlich drei Ströme, drei unabhängige Ströme, um die Marge vollständig zu beschreiben. Und wir wollen jetzt diese Stromverteilung konkret darstellen. Wie gesagt, IG ist gesetzt, aber was wir jetzt sagen können, ist, dass wenn bei dieser Marge, nämlich diese parallele Schaltung von Serie geschalteten Widerständen, bei dieser Marge eine Spannung U angelegt ist, können wir sagen, dass diese Batteriespannung erzeugt einen totalen Strom I. So, I ist der Strom, der eben bei diesem Knotenpunkt in der Marge reinfließt. Und bei dem Knotenpunkt teilt sich Strom I in zwei Komponente. Eine Komponente, nennen wir diese Komponente IX, entspricht dem Strom, der eben durch den Widerstand RX fließt. Selbstverständlich, nach der Knotenregel, was übrig bleibt auf diesem oberen Zweig der Marge, ist der Strom I minus IX. Das heisst, I minus IX ist der Strom, der eben durch den Widerstand A mal R fließen wird. Und wir können sofort verifizieren, dass bei diesem Knotenpunkt die Summe aller zufließenden, nämlich I und abfließenden Ströme, Null ist. Und wir können mit dieser Prozedur, sozusagen mit der Knotenregel, weitergehen. Schauen wir jetzt die Situation bei diesem Knotenpunkt. Hier, wir sehen, dass bei diesem Knotenpunkt fließt der Strom IX ein, aber fließt der Strom IG raus. So, durch den Widerstand R0 fließt dann folgender Strom IX minus IG. Und wenn wir jetzt diesen Knotenpunkt anschauen, sehen wir, dass bei diesem Knotenpunkt fließt Strom IG ein, aber auch I minus IX. Das heisst, durch den Widerstand 1 minus A mal R muss der Strom I minus IX plus IG fließen. Aber jetzt können wir auch prüfen, ob wir alles richtig gemacht haben. Und zwar, wir müssen noch den vierten übrig gebliebenen Knotenpunkt betrachten. Ich erinnere hier, dass bei dieser Masche ist Strom I hinein geflossen. Und nach der Knotenregel wissen wir, dass in einer Masche Ladungen können nicht stecken bleiben. So was reinkommt, nämlich I, muss auch rauskommen. Und jetzt können wir verifizieren, sehen, ob bei diesem Knotenpunkt, was rauskommt, tatsächlich I ist. Wir sehen, dass bei diesem Knotenpunkt fließt erstens diese Komponente IX minus IG, aber fließt auch diese Komponente ein, nämlich plus I minus IX plus IG. Und jetzt sehen wir sofort, dass das geht weg, das geht weg und was übrig bleibt, ist tatsächlich I. Wir haben somit mit der Knotenregel tatsächlich geprüft, dass wir unsere Stromverteilung in dieser Masche richtig definiert haben. Jetzt müssen wir schlussendlich die Masche mathematisch auch charakterisieren. Und zu diesem Zweck dient dann die zweite Kirchhoffsche Regel, nämlich die Maschenregel. Maschenregel sagt allgemein, dass die Summe aller Spannungsabfälle bei den Schaltelementen einer Masche muss gleich sein, die Summe der Batteriespannungen, die an dieser Masche angelegt ist. Und hier können wir sofort sagen, dass wenn wir die Situation zwischen diesen zwei Knotenpunkten anschauen, wissen wir, dass bei diesen Knotenpunkten die Spannung U angelegt ist. Das heißt, diese Batteriespannung U muss gleich sein, die Summe der Spannungsabfälle bei dem Widerstand Rx respektive R0. Und jetzt mit Hilfe des Homschen Gesetzes, nämlich URI, das heißt, Spannung ist immer proportional zum Strom, sogar linear, und die Proportion der Konstante ist tatsächlich Widerstand R, können wir sagen, dass Spannungsabfall hier nach dem Homschen Gesetz ist Rx mal Ix und bei Widerstand R0 ist dann R0 mal Ix minus Ig. Damit haben wir schon eine erste Gleichung. Wir brauchen aber drei Gleichungen, weil wir haben drei unbekannte, ich möchte hier betonen, nach dieser Stromverteilung haben wir drei unbekannte Ströme, die wir prinzipiell bestimmen müssen, Ig, Ix und I. Wir brauchen ein System von drei Gleichungen in drei Unbekannten. Um die zwei weiteren Gleichungen zu finden, müssen wir ein bisschen wie bei einem Thriller, das heißt, wie ein Detektiv sein. Und zwar müssen wir sämtliche Indizen aus der Fragestellung des Problems benutzen. Wenn wir die Fragestellung genau lesen, wissen wir auch, dass das Galvanometer, mit welchem wir den Strom Ig messen, ist widerstandlos. Das heißt, R von G Null ist. Und das ist entscheidend wichtig. Warum? Weil wenn wir jetzt auf unsere äquivalente Darstellung des Schallkreises gehen, wenn tatsächlich das Galvanometer widerstandlos ist, weil R von G Null ist, bedeutet es, dass beide Knotenpunkte hier am gleichen Potential sind. Das heißt, zwischen beiden Knotenpunkten die Potentialdifferenz Null sein muss, weil das Instrument hier ist widerstandlos. Und das ist sehr wichtig, weil es bedeutet, dass Spannungsabfall zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt muss identisch sein wie Spannungsabfall zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt. Das können wir jetzt explizit schreiben. Spannungsabfall hier ist nochmals Rx mal Ex und das muss gleich sein A mal R mal E minus Ex. Die gleiche Überlegung lässt sich aber auch machen zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt. Spannungsabfall zwischen beiden Punkten muss tatsächlich identisch sein wie zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt. Also wir können auch schreiben dass R0 mal Ex minus Ig nämlich Spannungsabfall bei R0 muss gleich sein wie 1 minus A mal R mal Strom der eben durch den Widerstand fließt I minus Ex plus Ig und das Ganze hier auf der rechten Seite dieser letzten Gleichung ist tatsächlich Spannungsabfall bei diesem Widerstand. Somit durch die Anwendung der Marschenregel haben wir ein System von drei Gleichungen in drei unbekannten erreicht nämlich der gesetzte Strom Ig Ex und E und aus einem System von drei Gleichungen in drei Unbekannten können wir dann alle drei Ströme die wir hier definiert haben mit Hilfe der Knotenregel genau und eindeutig bestimmen. Und tatsächlich wie geht es weiter? Jetzt können wir zum Beispiel aus dieser ersten Gleichung eine Formel für Ex finden aus dieser ersten Gleichung eine Formel für E und dann setzen wir das brav in der dritte Gleichung damit wir am Ende schlussendlich eine Gleichung erreichen mit der einzigen unbekannten Ig Die Rechnerei ist einfach aber muss man diese Rechnerei mit Geduld und sauber durchführen und ich kann Ihnen schon das Ergebnis hier zeigen und wie man sieht erreicht man eine Gleichung die nur die unbekannte Ig enthält aber wie in der Fragestellung gesagt wird müssen wir jetzt nicht diese Gleichung nach Ig lösen warum nicht weil wir möchten schlussendlich eine Formel für Rx erreichen damit wir eigentlich mit dem Schallkreis in diese physikale Situation den unbekannten Widerstand Rx messen können und wir wissen dass die Messung erfolgt wie folgt also man sucht bei dem Widerstand R die Position A sodass Ig 0 ist und tatsächlich wenn wir jetzt in diese Formel hier Ig gleich 0 setzen dann erreichen wir für Rx diese brave einfache Formel nämlich A geteilt durch 1 minus A mal R0 so so wir sehen dass mit R0 eine bekannte Größe des Problems und durch die Bestimmung experimentell von A sodass Ig tatsächlich gleich 0 ist können wir Rx messen diese Übung ist sehr interessant meiner Meinung nach weil mit dieser Übung können wir tatsächlich schätzen wie wichtig und nützlich die Kirchhoffsche Regel sind Wir haben in einer ersten Phase mit der Anwendung der Knotenregel haben wir die Stromverteilung in der Masche definiert und dann mit Hilfe der Maschenregel und natürlich mit Hilfe auch implizit des Ohmsche Gesetzes haben wir ein System von drei Gleichungen in drei Unbekannten erreicht und die Lösung dieser Gleichungen besonders nach EG erlaubt uns schlussendlich das Ziel zu erreichen aber ich wurde hier am Ende der Übung betonen dass ganz entscheidend und das ist immer sehr nützlich wenn man solche Art von Übungen lösen muss haben wir ganz entscheidend am Anfang eine äquivalente Darstellung des angegebenen Schallkreises in eine Form in eine Art und Weise gefunden die uns dann schlussendlich erlaubt das Ganze auch mathematisch zu erlauben und diese Prozedur nämlich diese Umwandlung sozusagen von einem Schallkreis in etwas was sich dann auch mathematisch mit den Kirchhoffschen Regeln behandeln lässt also diese Prozedur ist etwas was sie immer eigentlich am Anfang machen müssen wenn sie diese Art von Probleme lösen soll ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen auf Wiedersehen dann an an Schallkreis